Wer sollte dir eine Puppe schicken? Ich weiß es nicht. Oh, Liebling, ich werde nicht zulassen, dass diese Puppe dir weht. Danke, vielen Dank. Professor, meine Zellen reproduzieren sich mit enormer Geschwindigkeit, mehrere Millionen pro Sekunde. Und ich habe Probleme, den genauen Zeitpunkt meines Todes zu bestimmen, aber ich bezweifle, dass wir mehr als 24 Stunden bleiben. Wovon sprechen Sie? Ich will damit sagen, Ihre Theorie ist nicht nur Theorie. Ich habe eine große Menge synthetisches CPH-4 aufgenommen, wodurch ich 100% meiner Gehirnkapazität nutzen kann. Der Kreizack ändert nicht, was du bist. Ein Halbblut-Bastard. Atlantis wird dich niemals als König akzeptieren. Also dann durch Blut vergießen. Verkünden uns die Götter ihren Willen. Mein Bruder ist verschwunden. Bitte. Helfen Sie mir, ihn zu finden. Ihr Bruder weiß nicht, wo er hingehört. Wo ist Millie? Wo ist er? Die Russen übernehmen Tannenbach. Wir müssen hier rechtzeitig raus. Die Grenze zwischen Bayern und Thüringen liegt eigentlich genau hier, mitten durchs Dorf. Sollen wir Tannenbach teilen wie Berlin? Ich habe gehört, die machen morgen und macht die Grenze zu. Ich gehe hier nicht weg. Das ist mein Zuhause. Ich gehe hier nicht weg. Ich gehe hier bei dem 23 Uhr. Vielen Dank.